Mein Gott! Evakuieren! Jetzt sofort! Ich nehme an, Sie wollen mit der Kugel nach Erdek, oder? Dies ist ein Notfall. Bitte evakuieren Sie die Einrichtung. Haben Sie eine Lebensfähre, kommen Sie bis nach Erdek. Ihre Portalsignatur wird aussehen wie eine der Ihren. Also, egal was zu tun ist, ich bin dabei. Sie wollen den Teufel nicht erwecken, um den Dämonen zu helfen, sondern um ihren Anführer zu töten, sobald er Gestalt annimmt. Und das vernichtet Sie dann alle. Endgültig. Richtig? Okay, ich nehme das mal als Ja. Ich will nur dabei sein. Ich meine, wir werden die Retter der Welt. Der Dunkle Fürst existiert bisher nur auf dem Papier. Er ist ungefähr zigtausend Jahre alt und ist sicher über all diese Jahre auch in keine physische Form mehr beschworen worden. Niemand hat einen Schimmer, wie er aussieht. Also, wie schon gesagt, bin dabei. Portal-Koordinaten für Erdek im sechsten Bereich des Reiterhaltens festgelegt. Okay, bereit zum Abflut, Doomguy. Sorry. Hedens Unterlagen waren ausführlich und der Ark hat alles aufgezeichnet. Der Dunkle Fürst kann erst in seiner physischen Form getötet werden. Jeder, der sich das Recht auf eine Lebenssphäre im Sumpf verdient hat, darf das Luminarium passieren und die Sphäre benutzen. Sie könnten quasi jeden darin aufwecken und die würden Ihnen noch dabei helfen müssen. Der Dunkle Fürst kann erst in seiner physischen Form getötet werden. Nummer 1en Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020